Es ist keine Kleinigkeit, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz wegen falscher Zeugenaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Herzlich willkommen zum Runden Tisch. Was sind die politischen und juristischen Konsequenzen? Darüber diskutieren wir heute mit diesen Gästen. Heinz Mayer, Verfassungsjurist, Katrin Steiner-Hämmerle, Professorin an der FH Kärnten, Politologin, Doris Vettermann, Journalistin bei der Kronenzeitung und Wolfgang Rosam, PR-Berater, Kommunikationsexperte. Sie beraten auch den Herrn Kurz und halten sich für ÖVP nahe oder stehen der ÖVP nahe. Ich möchte gerne mit der Frau Vettermann beginnen. Wir haben ja Sebastian Kurz im ZIB2-Interview gesehen. Er hat sich verteidigt, er hat aus den Akten vorgelesen. Wie überzeugend war das für Sie? Ich würde mal generell sagen, er hat die Strategie, die Gernot Blümel vor wenigen Tagen begonnen hat, fortgeführt. Nämlich sehr freundlich zu sein, sehr verbindlich, stets lächelnd. Da haben wir ÖVP-Politiker in den letzten Wochen oder auch Monaten schon anders erlebt. Bei kritischen, für die ÖVP unangenehmen Fragen haben wir durchaus auch eher ruppigere und unwirschere Antworten gehört. Sebastian Kurz hat sich heute bedankt, dass er beim Interview sein durfte. Ich glaube, Armin Wolf ist es auch noch nicht so oft passiert, dass jemand sein Interview als freundliches Gespräch bezeichnet hat. Also es war schon, ich würde mal sagen, es ist so eine Charm-Offensive, die die ÖVP jetzt begonnen hat. Nachdem man davon ausgehen kann, dass die ÖVP eigentlich nichts tut, ohne einen Plan dahinter zu haben, wird das schon eine vorgegebene Strategie sein. Man könnte jetzt vermuten, vielleicht hat die ÖVP hier irgendwelche internen neuen Umfragedaten, die nicht besonders rosig aussehen für die ÖVP. Und man hier beschlossen hat, man muss hier jetzt ein bisschen auf die Charme, ein bisschen die Charme-Offensive reiten und hier ein bisschen freundlicher auftreten. Die Strategie hinter diesen Auftritten, die kennt vielleicht Wolfgang Rosam. Herr Rosam, haben Sie dem Herrn Bundeskanzler heute schon etwas geraten per SMS, WhatsApp oder Telefon? Nein, ich treffe ihn ab und an, wir telefonieren ab und an und es stimmt, dass ich ihm gerne einen Rat gebe, wenn er mich darum fragt, aber ich gehöre nicht zum Stab. Also ich bin nicht täglich in diesen Sitzungen und ich habe auch diese Strategie nicht vorgeschlagen. Hätten Sie eine andere vorgeschlagen? Was nicht heißt, dass ich sie gut finde. Ich finde, er hat sich sehr staatstragend, sehr ruhig, sehr sachlich in dem Interview gegeben. Es war nicht ganz einfach, dem Herrn Wolf gegenüber zu sitzen und ich denke, Sebastian Kurz ist wirklich davon überzeugt, und ich bin es auch, dass er hier nichts Unrechtes gemacht hat. Und trotzdem muss er sich jetzt diesem Verfahren stellen. Ja, das ist nun einmal so. Und alles, was, glaube ich, jetzt auch hier eingefordert hat, ist eine gewisse Fairness. Und jetzt nicht schon konfrontiert zu sein, wenn Sie angeklagt werden, er wird wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit angeklagt werden, oder zumindest diesen Strafantrag wird es geben, wie ich mir erklären habe lassen, so heißt das in der Rüsterei. Wenn es diesen Strafantrag geben wird und den wird es geben, ist es für ihn kein Grund zurückzutreten und wahrscheinlich für die meisten Österreicher auch nicht. Sebastian Kurz war bisher immer sehr erfolgsverwöhnt. Frau Steiner-Hemmerle, ist das jetzt die schwierigste Zeit seiner Kanzlerzeit? Es ist auf jeden Fall die schwierigste Phase, weil wir erinnern uns, wie er abgewählt wurde. Da konnte man ihm eigentlich nur zum Vorwurf machen, dass er sich mit dem falschen Partner eingelassen hat, für eine Regierung schuld war die FPÖ, das Ibiza-Video. Er war dann Opfer dieser Umstände, aber ihm selbst konnte man in dem Sinn jetzt kein Vergehen nachweisen. Dieses Mal ist es anders. Und was er natürlich jetzt schon versucht hat bei diesem Auftritt, ist sich selbst als Opfer zu inszenieren, vor allem als Opfer der Opposition. Er hat immer wieder den Eindruck erweckt, dass diese Vorwürfe und auch diese Anklage, also diese Schrift, die jetzt vorliegt, von der Staatsanwaltschaft geschrieben, eben diese Vorwürfe nicht von der Staatsanwaltschaft so vorgenommen wurden, sondern von der Opposition im Untersuchungsausschuss. Und da finde ich, hat er schon eigentlich jetzt auch einen Spin in diesem Interview gemacht, der nicht der Wahrheit wieder entsprochen hat, weil es sind tatsächlich Vorwürfe oder auch eine Zusammenstellung eben der Staatsanwaltschaft und nicht der Oppositionsparteien. Also er ist hier nicht nur Opfer der anderen Parteien, die ihn loshaben wollen, so wie er es ja auch genannt hat, sondern es sind schon ernsthafte Vorwürfe der Justiz, die eben auch die Regierung kontrolliert. Die Vorwürfe der Justiz kann uns vielleicht Heinz Mayer ein bisschen erklären. Was wirft denn die Staatsanwaltschaft, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, was hat die gegen den Bundeskanzler in der Hand? Na, in der Hand hat sie das Protokoll seiner Einvernahme und diese Chats, die da von der Staatsanwaltschaft ausgewertet wurden. Und wenn man die vergleicht und wenn man die einzelnen Aussagen, die er getroffen hat, mit den Chats vergleicht, dann kann man sich natürlich ein Bild machen. Das hat die Staatsanwaltschaft offenbar gemacht und ist offenbar der Auffassung, dass vermutlich eine Anklage zu erheben sein wird. Sonst hätte sie keine Ermittlungen eingeleitet. Und eine Anklage wird sie dann erheben, wenn die Wahrscheinlichkeit der Verurteilung höher ist als das Gegenteil. Jetzt sagt der Bundeskanzler auch im ZIB2-Interview, er hat da keine bewusste Falschaussage gemacht. Das lasse sich da alles erklären. Sehen Sie das aus den Akten? Sehen Sie da Widersprüche, die die Staatsanwaltschaft da gefunden hat? Also zunächst einmal, was soll er denn sagen, bitte? Ich habe noch keinen Beschuldigten in dieser Situation gehört oder gesehen, der gesagt hat, ja, ja, wahrscheinlich bin ich eh zu verurteilen und wahrscheinlich habe ich es eh getan. Also er hat das sehr geschickt gemacht, muss man sagen, wirklich geschickt. Das Ganze ein bisschen verwischt. Also die ganzen Vorwürfe sind etwas verwischt geworden. Wird sich zeigen, was rauskommt. Wie schnell könnte es denn mit so einer Anklage gehen? Er rechnet mit der Anklage. Sie sagen auch, da steckt viel dahinter. Wie schnell könnte das gehen? Zunächst einmal ist es unrichtig, was er gesagt hat. Die Staatsanwaltschaft kann jederzeit Strafantrag stellen oder Anklage erheben. Die kann nur dann Anklage erheben, wenn sie zum Ergebnis kommt, und die Verurteilung ist wahrscheinlicher als der Freispruch. Das heißt, sie ist da nicht völlig frei. Sie kann nicht tun, was sie will. Vielleicht rechnet er mit einer Anklage. Das ist denkbar. Wie schnell das gehen kann. Also die dürften ja relativ gründlich ermittelt haben bis jetzt. Davon gehe ich aus, dass man beim Bundeskanzler nicht Ermittlungen einleitet, so über den Daumen, sondern dass das gründlich recherchiert wurde. Ob es noch weitere Ermittlungsschritte geben muss, kann ich nicht beurteilen. Weiß ich nicht. Kenne den Akt nicht. Wahrscheinlich wird er die Möglichkeit bekommen, eine Stellungnahme abzugeben. Und dann kann das noch vor dem Sommer kommen. Herr Rosam, falls der Bundeskanzler angeklagt werden würde, als Kommunikationsexperte ein angeklagter Bundeskanzler, da kann man nicht mehr viel machen, oder? Naja, ich bin kein Rechtsanwalt. Den wird er da in dieser Situation eher brauchen. Aber wie er gesagt hat, für ihn ist diese Anklage, wie Sie es nennen, kein Grund zurückzutreten, weil es ja auch noch kein Urteil gibt. Ja, ich meine, es kann ja auch schnell gehen. Ich habe mir heute sagen lassen von Juristen, dass der Einzelrichter, der dieses Verfahren dann führt, aber das weiß der Herr Dr. Mayer sicher besser, sehr rasch entscheiden kann. Also es kann in wenigen Tagen auch entschieden sein. Kann er das? Kann man bloß gleich? Ist das möglich? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, wenn die Anklage eingebracht wird, muss der Richter sich mit der Sache auseinandersetzen, muss die Verhandlung ausschreiben, allfällige Zeugen laden, das wird er wohl tun müssen. Also so schnell wird das nicht, das wird schon einige Wochen dauern. Gut, ich respektiere natürlich den Rat des Experten, aber ich denke, dass die Österreicher das auch nicht wollen. Ich kann mir nicht vorstellen, und wir werden ja bald die Umfragen dazu hören, soll der Kanzler zurücktreten im Falle einer Anklage oder soll er den Urteilsspruch abwarten. Also ich traue mich jetzt zu sagen, wie das ausgeht. Und das geht nicht gegen den Kanzler aus. Ich glaube, dass die Österreicher ein wahnsinnig gutes Bauchgefühl haben, dass viele in diesem Land durchschauen, was da passiert im Untersuchungsausschuss. Er hat selber gesagt, kurz muss weg, ist die Parole, das ist das Ziel. Ich frage mich, warum der Hauptbeschuldigte und der Haupttäter im Ibiza-Verfahren, der Herr Strache, für seine Chats ist keine Zeit vorhanden. Aber alle anderen Chats und alle anderen Kopien werden zu 10.000 jetzt gesammelt. Ja, also wir werden in den nächsten Jahren viele Untersuchungsausschüsse erleben. Das ist nun einmal ein Instrument, das ist okay. Aber ich glaube, das, was hier abgeht, auch die Rolle zum Beispiel der FPÖ, eine totale Täter-Opfer-Umkehr, wenn man die... Aber es gibt ja diese Chats. Diese Chats, die gibt es ja. Ohne die Postenbestellung von Herrn Schmid gibt es diese Chats. Und da ist vieles beschrieben worden, dass das sehr dumm war und überhaupt nicht klug. Und das macht man nicht. Ich glaube, da haben die Herren alle miteinander gelernt. In der Zwischenzeit, jede Schrift ist ein Giftel, sagt man. Und ich glaube, es ist so wenig, wie jetzt ge-smsst wurde, in den letzten Monaten unter Regierungsmitgliedern ist es nie mehr ge-smsst worden vorher. Aber um Ihre Frage ganz konkret zu beantworten, wenn es zu dieser Anklage kommt, dann muss man abwarten, wie dieses Verfahren ausgeht. Und dann muss man entscheiden, wie es weitergeht. Und wenn es dann zu einem Freispruch kommt, von dem ich eigentlich ausgehe, und der Kanzler offensichtlich auch, dann wäre ein Rücktritt absurd gewesen. Aber wir werden ja auch sehen, wie der Koalitionspartner hier reagiert. Wenn der Koalitionspartner, das ist ja eine sehr spannende Frage, aber die werden Sie noch stellen. Die werden Sie noch stellen. Kommt es dann zum Bruch der Koalition? Haben wir dann Neuwahlen? Also das ist eine Frage, die für mich sehr nah im Raum steht derzeit. Zuerst möchte ich aber noch den Rücktritt besprechen. Den hat der Bundeskanzler ja schon heute Morgen ausgeschlossen. Das eine ist die juristische Debatte, das andere ist die politische, moralische Debatte. Ein angeklagter Bundeskanzler. Würde sich das ausgehen, Frau Vettermann? Aus Sicht der ÖVP ganz offensichtlich ja. Und aus Sicht von Sebastian Kurz ja. Ich glaube schon, dass wir hier ein gewisses Neuland betreten. Weil bis jetzt war doch schon, wenn ein Politiker, ein Regierungschef, von mir aus auch ein Minister, sobald es Anklage gibt, war das schon so eine gewisse rote Linie, wo es geheißen hat, gut, ab da kann man dann nicht mehr länger im Amt bleiben. Sebastian Kurz rechnet jetzt offensichtlich mit einer Anklage, sonst hätte er das jetzt auch nicht so ganz klar gesagt. Versucht, das hat, glaube ich, in meinem Eindruck nach auch ein bisschen herunterzuspielen. Weil er sagt eben, das ist ein Einzelrichter und ist ein anderes Verfahren. Ob dann tatsächlich was rauskommt, das wird natürlich die Justiz entscheiden müssen. Er hat schon einmal klargemacht, dass er nicht zurücktreten wird. Und ich glaube, da kann wird die Opposition auch in den nächsten Tagen oder auch Wochen, je nachdem, wie lange es dauert, noch so toben. Da wird sich Sebastian Kurz sicher nicht bewegen. Wie sehen Sie das, Frau Steiner-Hämerle? Also ein angeklagter Bundeskanzler wäre wirklich einzigartig. Und weder natürlich dem Ansehen der Politik zuträglich. Jetzt kann Sebastian Kurz hoffen, auch wenn das Image der Politik oder das Vertrauen in die Politik generell darunter leidet, dass er dennoch dann am Ende auf Platz 1 ist. Aber die wirkliche Frage ist ja, können die Grünen dann noch mit? Also dass die ÖVP versucht, durchzutauchen, auf Zeit zu spielen, das haben wir jetzt an vielen ihrer Aktivitäten so beobachten können. Ein Vorwurf übrigens auch oder etwas, was auch drinnen steht in diesem Papier der Korruptionsstaatsanwaltschaft, ist, dass es eben offensichtlich Absprachen gab mit gemeinsamen Wording. Auch das ist in diesem Akt nachzulesen. Also wir sehen hier, die ÖVP wird geschlossen bleiben, zumindest bis jetzt und das versuchen durchzutauchen. Aber sie brauchen eben, um an der Regierung zu bleiben, natürlich auch immer wieder die Unterstützung der Grünen Partei. Und die Grüne Partei ist ja fast schizophren, einerseits im Untersuchungsausschuss als Oppositionspartei, als untersuchende Partei tätig und andererseits eben dann am Regierungstisch als Teil dieses Regierungsteams. Und am Montag gibt es die nächste Sondersitzung. Da werden ja dann die einzigen Instrumente des Untersuchungsausschusses, es ist ein Misstrauensantrag oder auch eine Ministeranklage. Und immer werden jetzt die Grünen gezwungen werden, immer öfters auch von der Opposition, das niederzuschmettern. Und das schadet natürlich den Grünen ganz enorm. Also ich glaube, nicht nur die ÖVP wird auf ihre Umfragewerte schauen, sondern selbstverständlich auch die Grünen. Aber die Grünen haben das wahre moralische Problem mit ihrem Anspruch für saubere Politik als Aufdeckerpartei dafür zu stehen und jetzt all das mitzutragen. Ich glaube, da werden, wenn dann eher die Grünen die Reißleine ziehen, als wie wahrscheinlich so, wie wir heute gehört haben, Sebastian Kurz zurücktreten. Die Pandemie, die hat ja Türkis und Grün schon zusammengehalten, muss man sagen. Bricht das jetzt etwas auf, auch durch solche Vorfälle? Es ist ja nicht der erste. Es gab auch die Hausdurchsuchung beim Herrn Blümel. Es gab beim Thema Abschiebung, das sind das Beste aus zwei Welten, wie es immer geheißen hat, plötzlich sehr weit auseinandergetrifftet. Also was man den Grünen zugutehalten muss, ist, dass sie mitten in der Pandemie nichts riskiert haben und keine Regierungskrise hier hervorgerufen haben, indem sie also auch die Abwahl von Blümel nicht unterstützt haben im Parlament und dergleichen. Ich glaube persönlich nicht, dass die Grünen jetzt die Reißleine ziehen werden, wie Sie das ankündigen, weil sie haben nichts zu gewinnen. Die Grünen kommen doch jetzt erst, wenn die Pandemie vorbei ist und im Herbst schaut die Sache ganz anders aus als noch im Frühjahr vor ein wenigen Monaten. Die haben nichts zu gewinnen. Jetzt können sie beweisen, was sie mit Klimaschutz, mit ihrem ganzen Programm, was Grüne in Österreich in einer Regierung bewirken können. Diese Chance werden sie sich doch nicht entgehen lassen. Also ich glaube nicht, dass aus diesem Untersuchungsausschuss-Dilemma derzeit jetzt eine Sprengung der Koalition entstehen kann, jetzt im Herbst, wo bevor noch die Grünen bewiesen haben, wie gut sie mitregieren können. Erstmals in diesem Land. Also nein. Bleiben wir beim Unter... Also mich stört ein bisschen an der ganzen Debatte, dass sie so geführt wird, die Grünen sind verantwortlich dafür, dass die Koalition nicht platzt. Nur die Grünen. Der Koalitionspartner ist auch verantwortlich. Die Kiesen werden es kaum sprengen, oder? Ja, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, die Grünen werden für sich eine rote Linie ziehen müssen. Ja, aber ist das schon eine rote Linie? Das ist eine Interpretationsfrage. Ich kenne schon angeklagte Regierungsmitglieder in Südamerika zum Beispiel, in Israel, aber in Europa kenne ich das eigentlich nicht. Also normalerweise, in einem zivilisierten, demokratischen Rechtsstaat tritt ein Regierungsmitglied zurück, wenn Anklage erhoben wird. Keine Frage. Aber wir haben keine besonders hohen moralischen Standards in Österreich. Das ist eh bekannt. Aber sie noch weiter zu senken, heute eigentlich für nicht mehr erträglich. Aber es ist schon eine Vorverurteilung, oder? Wir haben auch sehr viele. Was? Nein, wenn man allein, wenn ein Verfahren eröffnet wird, dass dann sozusagen, es gilt nämlich nicht die Unschuldvermutung, wie derzeit in diesem Land immer gerne behauptet, es gilt die Schuldvermutung. Es gilt die Schuldvermutung. Nein, wir reden über zwei verschiedene Dinge. Das eine ist die rechtliche Verantwortung. Die rechtliche Verantwortung ist das eine. Ich denke aber, dass in der Politik auch eine gewisse moralische Verantwortung besteht und ein moralischer Standard bestehen muss. Also nicht alles, was das Strafrecht nicht verbietet, kann zulässig sein in der Politik. Und das ist genau der Punkt, dass jemand, der zurücktritt, damit nicht schuldig gilt, im juristischen Sinne, selbstverständlich, kann sich herausstellen, dass er unschuldig ist. Also ich würde, wäre ich Kanzler, würde ich mir sehr genau überlegen, was kann bei einer Anklage rauskommen. Ist es möglich, dass ich verurteilt werde, dann würde ich zurücktreten. Aber ich glaube, das tut er ja. Eine Pause, Frau Vettermann, können Sie sich das vorstellen, dass man... Genau, er kann sich verhindert erklären, selbstverständlich. Dass Sebastian Kurz eine Pause einlegt, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er das machen wird. So wie er jetzt auch gesagt hat, er ist davon überzeugt, dass er keinen Fehler begangen hat, dass er keine Falschaussage getätigt hat. Und so wie wir auch die ÖVP als Ganzes kennen, gibt man ja dort eigentlich keine Fehler zu. Das war auch ein Novum. Finanzminister Blümel hat sich in den letzten Tagen ein paar Mal entschuldigt, hat gesagt, wenn der Eindruck entstanden ist, er hätte hier nicht gut agiert oder er würde den Rechtsstaat nicht ernst nehmen, dann tut ihm das leid. Auch Sebastian Kurz hat heute einmal so etwas Ähnliches gesagt. Das ist schon neu. Bisher war die ÖVP ja eher so die Partei, die von sich aus gesagt hat, wir machen eigentlich alles richtig und wir machen keine Fehler. Und entschuldigt hat man sich eigentlich auch noch nicht. Aber dass der Bundeskanzler eine Pause einlegt, ich sage ja, das ist neu jetzt, aber bis jetzt gab es das eigentlich nicht. Gut, Gott sei Dank, wir entschuldigen. Sebastian Kurz hat die Partei ja vor vier Jahren übernommen, hat sehr weitreichende Befugnisse von allen Landesfürsten der ÖVP bekommen. Die haben sich heute gar nicht gemeldet. Überrascht Sie das? Ja, Sie werden froh gewesen sein, dass Sie sich nicht melden mussten. Das lange Wochenende wird vielleicht das auch noch ein wenig hinauszögern. Aber ich bin mir überzeugt, dass es innerhalb der Partei natürlich auch Stimmen gibt, die diese Vorgänge sehr kritisch beurteilen. Vor allem aus Oberösterreich, wo ja dann doch im Herbst die nächste Landtagswahl ansteht. Allerdings sehe ich auch dort kaum Gefahren für die ÖVP, weil ja die FPÖ so stark war bei der letzten Wahl und sicher einige Stimmen wieder wandern werden und insofern die ÖVP hier jetzt nicht eine große Schlappe zu befürchten hat. Aber natürlich sind derartige Debatten sehr belastend und die Landesparteien, sofern sie nicht mit internen Problemen beschäftigt sind, werden natürlich hier auch keine Glückwunschkarten jetzt an den Bund schreiben und sich dafür bedanken. Aber was ich vielleicht noch auch ergänzen wollte zu dieser Auszeit oder von eines Bundeskanzlers, die Vertretung würde natürlich übergehen auf Vizekanzler Werner Kogler. Das kann er sich nicht wirklich wünschen. Das könnte er sich auch nicht anders aussuchen. Und welchen Grund hätte dann Finanzminister Gern und Blümel weiter im Amt zu bleiben, wenn jetzt der Bundeskanzler sich auch, wenn nur vorübergehend zurückzieht? Also das müssten dann fast beide tun. Und dann wäre das zweite oder eigentlich das wichtigste Ressort auch unbesetzt oder nur in Vertretung ausgeführt. Also ich glaube, schon allein das verhindert diese Lösung, dass sich der Bundeskanzler sagt, ich warte ab bis zur Anklage oder dann darüber hinaus bis zur Verurteilung. Aber das kann ja Jahre dauern dann. Ich meine, wenn ein Verfahren, wie der Dr. Mayer sagt, kann ja, es muss ja nicht schnell gehen, es kann ja auch sehr lange dauern. Worüber wir sehr viel diskutiert haben, ist auch der Respekt für das Parlament, für die Demokratie. Wir hatten, letzte Woche war das große Thema eigentlich die verspäteten Akten, die der Finanzminister Blümel, also die Akten, die der Finanzminister Blümel nicht geliefert hat, der Exekutionsantrag. Jetzt haben wir Ermittlungen gegen den Bundeskanzler und wir haben auch im Interview gehört, was wir schon oft gehört haben, eine Kritik auch am Untersuchungsausschuss. Fehlt da in der ÖVP das Verständnis für das Parlament, für den Untersuchungsausschuss, für die Gerichte? Der Untersuchungsausschuss ist ein politisches Organ. Da sind gewählte Politiker drinnen, die nicht die Aufgabe haben, strafrechtliches Verhalten zu orten, sondern die haben die Aufgabe, eine politische Kontrolle durchzuführen. Also zu schauen, wie agiert die Regierung und wie hat die Regierung politisch gehandelt, an politischen Maßstäben. Dass es dort nicht zugeht wie in einem Gerichtssaal, ist selbstverständlich. Das war immer so. Im Jahr 1919 hat in Weimar ein Abgeordneter, ich glaube, irgendeiner Partei, kann mich nicht mehr erinnern, gesagt, wir Politiker sind es gewohnt, die Dinge ganz einseitig zu betrachten. Das hört sich, ja. Sie sind einseitig und es ist auch ihr gutes Recht, als Politiker einseitig zu sein. Nur dann gibt es natürlich Auseinandersetzungen, die ja auch heftiger sind, als sie wahrscheinlich im Gerichtssaal jemals vorkommen werden. Aber ich denke, er ist Politiker genug, er weiß, wie das politische Geschäft läuft. Also er muss sich nicht als Opfer stilisieren, er weiß genau, wie das geht. Also das muss man aushalten, die Befragung im U-Ausschuss. Ja, ich habe das ein paar Mal miterlebt, dass Vertrauenspersonen von Auskunftspersonen, natürlich werden dort Suggestivfragen gestellt, natürlich werden dort Fragen gestellt, wo man sich fragt, was will der jetzt eigentlich von mir wissen. Aber das war da bei diesen konkreten Fragen ja offenbar nicht so. Die dürften ja doch sehr konkret gewesen sein. Und die kann man mit Ja oder Nein beantworten oder die kann man etwas ausführlicher beantworten. Das ist offenbar nicht passiert. Also, dass dort keine Suggestivfragen gestellt worden sind, stelle ich jetzt einmal in den Abreden. Ich habe mir etliche Stunden gegeben, soweit man das zuschauen konnte. Und ich würde auch sehr begrüßen, dass das für die Öffentlichkeit aufgemacht wird und dass die diesen Befragungen folgen können. Die Fragen, um die es geht, waren keine Suggestivfragen. Nein, ich gebe Ihnen recht, ich gebe Ihnen recht, dass die Politiker das aushalten müssen. Wenn du Politiker wirst, musst du das aushalten und darfst nicht wehleidig sein. Aber ich glaube, wir sind uns auch einig, dass du anders behandelt werden musst, wenn du jetzt als Zivilist, als Bürger, als Zeuge dort einvernommen wirst. Und ich habe das also einige Male miterlebt, wie Leute dort behandelt werden, als wären sie vor allem im Tribunal. Das waren Unternehmer, das waren Manager, die irgendwie über Dreieck mit der Rierung etwas zu tun hatten oder auch nicht. Und das ist eine Respektlosigkeit, das ist ein Stil. Da wünsche ich mir, lieber vor jedem Gericht zu stehen, weil da habe ich ein faires Verfahren als vor solchen Untersuchungsausschüssen. Ja, nur es gilt auch umgekehrt. Also manche Auskunftspersonen verhalten sich in einer Art und Weise, wo sie bei Gericht mit Mutwillenstrafen belegt werden. Also die Frotzung, die Abgeordneten und die Fragesteller, das ist unglaublich. Sie meinen den Herrn Blümel, der sich entschlagen hat? Naja, nein, nicht von Herrn Blümel, nein, andere auch. Also das gibt es ja immer wieder. Die herablassend Rückfragen stellen, höhnische. Also das würde sich niemand bei einem Gericht erlauben. Aber das Gericht würde trotzdem cool bleiben dabei, oder? Nein, glaube ich nicht. Das ist eine Mutwillensstrafe. Frau Vettermann, wie ist denn eigentlich dieser Vorstoß vom Nationalratspräsident Sobotka, die Wahrheitspflicht im Untersuchungsausschuss abschaffen, jetzt mit diesen neuen Ermittlungen zu sehen? War das Zufall? Das glaube ich nicht, dass es Zufall war. Ich bin mir nicht sicher, ob das dem Nationalratspräsidenten nicht auch vielleicht ein bisschen so herausgerutscht ist, wenn er so im Plaudern oder im Reden ist. Er wird ja dann auch manchmal doch ein wenig emotional. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so geplant war, dass man ÖVP intern vielleicht darüber gesprochen hat. Das mag schon sein. Der Bundeskanzler hat jetzt wieder was anderes gesagt. Also das hat ja heute wieder ganz anders geklungen. Und ganz ehrlich, also zu diskutieren, ob man eine Wahrheitspflicht abschafft in einem Untersuchungsausschuss, also das mutet ja schon ein wenig absurd an, weil das bedeutet de facto, jeder, der dort sitzt, kann einfach lügen. Und dann ist dieses ganze Instrument ja völlig sinnlos. Ich glaube, er hat es auch nicht so gemeint. Er hat sich nicht geschickt ausgedrückt, weil es ist natürlich völlig absurd. Natürlich muss es eine Wahrheitspflicht geben. Wozu macht man sonst ein Gremium? Also da wehre ich mich gegen, aber natürlich kann man das so auslegen, wie es gesagt wurde. Es hat aber dann schon die Tourismusministerin Köstinger das schon noch einmal wiederholt und hat das schon auch so gesagt, dass man darüber diskutieren muss. Ich glaube, der Kurz hat es ein bisschen klarer heute gesagt. Man kann es wahrscheinlich noch klarer sagen. Natürlich muss die Wahrheitspflicht gelten. Sonst braucht man dieses Gremium nicht. Also mir hat es die Haare aufgestellt, wie ich das gehört habe, dass der Parlamentspräsident sagt, im U-Ausschuss die Wahrheitspflicht abzuschaffen. Und der weiß ja offenbar, was er sagt. Ich hoffe zumindest, dass er weiß, was er sagt, das Parlamentspräsident. Dann heißt das, er will die Kontrollfunktion des Parlaments gegenüber der Regierung lahmlegen. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt und ganz wesentliches Element im demokratischen Rechtsstaat, dass das Parlament die Regierung kontrolliert. Und wenn der Parlamentspräsident sagt, wir schaffen die Wahrheitspflicht ab, dann schafft er die Kontrolle ab. Also der weiß nicht, was der Staat ist offenbar. Naja, das weiß er schon. Das weiß er schon. Und man muss auch sagen, dass die Minderheitsrechte durch die Einberufung des Untersuchungsausschusses ja vor allem auch mit den Stimmen der Türkisen revidiert worden sind, beziehungsweise erweitert wurden. Also wir hatten gewünschte Untersuchungsausschüsse, die von einer damaligen Mehrheitspartei SPÖ nicht zu einem Untersuchungsausschuss geführt hatten dann. Also ich glaube, der Untersuchungsausschuss ist wichtig, überhaupt kein Thema. Aber er soll sich auch nicht selbst ad absurdum führen. Und wenn es monatelang nicht um Ibiza geht, man muss sich einmal vorstellen, da sitzen Leute in Tirol, in Kärnten, in Oberösterreich und sagen, was ist jetzt mit Ibiza? Was kommt da raus? Und der Untersuchungsausschuss heißt immer noch Ibiza-Ausschuss. Es wird nur über alles andere, nämlich Kurz muss weg oder was immer, und es ist alles eine kriminelle Partie, wie immer, diskutiert, aber nicht über das Wesen, für das dieser Untersuchungsausschuss gegründet wurde. Aber das Gegenstand ist Beteiligungsmanagement des Bundes unter anderem, Punkt 7, glaube ich, dieses Beschlusses, dass ein Ibiza-Ausschuss heißt, hat man als Anlass von Ibiza eingerichtet. Das war schon der Aktion. Er heißt ja aber nur, Entschuldigung, landläufig Ibiza-Ur-Ausschuss. Es geht ja um, er heißt eigentlich Urausschuss zur mutmaßlichen Käuflichkeit der türkisblauen Bundesregierung. Aber Ibiza wurde nicht aufgeklärt. Aber... Das heißt nicht Ibiza-Ur-Ausschuss. Gut. Die FPÖ ist nicht mehr in die Regierung, die sind uninteressant für einen Untersuchungsausschuss. Oh, Sie sind dafür im Untersuchungsausschuss und sind die super Darsteller in einer ganz großartigen Einheit mit den anderen. Man muss vielleicht doch noch einmal sagen, eben ein Untersuchungsausschuss hat einen politischen Auftrag und ist kein Gerichtsverfahren. Das Einzige, was sozusagen an ein Gerichtsverfahren erinnert, ist diese Wahrheitspflicht. Und ich glaube schon, dass Parlamentspräsident Sobotka genau gewusst hat, was er damit ausdrücken möchte. Und nicht umsonst ist ja auch dieser Begriff Löwinger-Bühne dann gefallen von der Frau Köstinger. Man wollte natürlich das eher herabstufen zu einem netten Plausch, wie auch immer. Und das ist nicht gelungen, Gott sei Dank. Aber es ist ganz klar, es ist kein Gerichtsverfahren. Es ist ein Problem, wenn die Rollen verschwommen werden zwischen Auskunftspersonen und dann schon Beklagte. Aber es hat einen ganz klaren politischen Auftrag. Und das muss man natürlich dann auch so sehen. Wenn die politischen Mehrheiten wechseln, dann ist es so, dass natürlich die Regierungspartei sehr interessant ist für die Opposition. Das hätte man sich damals überlegen müssen, wie man es zum Minderheitenrecht gemacht hat. Frau Steiner-Hemmerle, ist also die Angriffe oder die Kritik am Untersuchungsausschuss von Seiten der ÖVP, ist das auch eine Strategie? Ja, wir sehen ja, dass alles versucht wird zu banalisieren. Spät zu liefern, eh noch rechtzeitig gerade gemacht. Versucht oder ohne Vorsatz oder zumindest versucht, die Wahrheit zu sagen. Diese Angriffe, eben diese Suggestivbefragung im Untersuchungsausschuss. Und all das führt natürlich dazu, dass man diese Kontrollinstrumente weniger so sieht für was, was sie da sind. Nämlich wirklich sowohl von der Justiz als auch jetzt vom Parlament, dass die Regierung sich natürlich dem stellen muss. Und die schärfste Waffe eines Untersuchungsausschusses ist die Öffentlichkeit. Und wenn man dann 60.000 Zeiten sozusagen einer Geheimhaltungsstufe unterzieht, wo man aber weiß, dass viele Inhalte hier nicht so super geheim sind, nur um sie dieser Öffentlichkeit zu entziehen, dann nimmt man natürlich dem Untersuchungsausschuss hier auch wirklich die beste Waffe. Ganz kurz am Schluss möchte ich noch von allen von Ihnen wissen, was glauben Sie jetzt, sie ist die unmittelbare Konsequenz dieser Ermittlungen, Herr Rosam? Ich glaube, dass es zu einem Verfahren kommen wird gegen den Herrn Kurz. Ich finde es richtig, dass er nicht in unmittelbarer Konsequenz jetzt da zurücktritt. Dann muss man mal das Verfahren abwarten. Dann muss man sehen, wie fällt das Urteil aus. Das kann ja auch ein glatter Freispruch sein, von dem ich wieder ausgehe. Aber ich bin nicht der Richter. Und ich bin froh, dass dann der Richter entscheidet und nicht der Staatsanwalt. Denn wenn der Staatsanwalt jetzt schon entscheiden könnte, allein mit der Eröffnung des Verfahrens, das der Staatsanwalt macht, dass ein Bundeskanzler aufgrund dieser Tatsache schon zurücktreten muss, dann hat der Staatsanwalt in diesem Land mehr Macht als jeder andere. Und das will ich eigentlich nicht, weil ich vertraue dem Richter. Frau Steiner-Hemmerle? Also wir haben viele politische Primären erlebt in den letzten Jahren hier in Österreich. Und ich rechne auch damit, dass eventuell ein angeklagter Bundeskanzler die nächste Primäre sein wird. Herr Mayer? Also erstens einmal, Staatsanwälte sind zur Objektivität verpflichtet. Die müssen alle Umstände, die gegen und für den Angeklagten oder für den Beschuldigten sprechen, ermitteln. Der kann nicht frei agieren. Das ist das eine. Das zweite ist, ich glaube, die werden die Strategie weiterführen, bis zum Schluss hart sein. Vielleicht die WKStA wieder einmal angreifen, vielleicht auch die Justiz angreifen. Und werden das durchstellen, werden sich als Opfer karieren, sollte es wirklich zu einer Verurteilung kommen. Ich glaube, unmittelbare politische Konsequenzen wird es nicht geben. Die ÖVP wird so weitermachen, wie bisher nach dem Motto, so jetzt Augen zu und durch. Und ich glaube auch nicht, dass die Grünen hier sich jetzt verändern werden oder die Koalition aufkündigen. Vielen Dank, vielen Dank an meine Gäste, danke, dass Sie da waren. Das war der Runde Tisch hier auf UF2. Sehen Sie gleich im Weltjournal mit Christa Hoffmann eine spannende Dokumentation mit dem Titel Zorn und Ohnmacht in Palästina. Angesichts der neuen Zusammenstöße zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften im arabischen Ost-Jerusalem ist die Lage so angespannt wie schon lange nicht mehr. Die nächsten Nachrichten gibt es dann in der ZIP-Nacht, wo Peter Filzmeier die Ermittlungen gegen Bundeskanzler Kurz ebenfalls analysiert. Die ZIP-Nacht mit Stefan Lenglinger um 23.20 Uhr in UF1. Vielen Dank fürs Zusehen, einen schönen Abend und auf Wiedersehen.